Kaschka, warte! Meine Kleine! Kaschka, Kaschka! Keine Ahnung, gehört das zur Geburt? Kaschka, oh krass, Schwester, was geht hier vor sich? Geht's los? Geht's los? Es ist alles in Ordnung. Sehen Sie sie nicht, Herr Pfarrer? Ich glaube, das ist gleich los. Kommen wir lieber zum Ende der Sache. Jetzt wartet doch, Kaschka! Aber Pfarrer Andrzej, ich glaube, keine Geburt dauert nur zehn Sekunden. Ach, ich meinte doch die Hochzeit. Jetzt kriegt sie... Ihr Kind? Lasst mich, oder wollt ihr etwa, dass mein Kind hier zu mir kommt? Okay, okay, okay. Ich kann es entbinden, Kaschka. Lucian! Heilige Mutter Gottes, er jetzt auch noch. Tu etwas, also wirklich. Pfarrer Andrzej! Jan!